Reise lassen im Einsatzgebiet. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, wie immer freut es mich, dass ihr eingeschaltet habt, wie ihr es schon habt und am Titel erkannt habt. Heute geht es um die Max-Movement-Speed BASP-MP. Klingt komisch, alles gut. Heute geht es um die Max-Movement-Speed BASP. Ich habe damit wirklich ein crazy Gameplay gedroppt. 35 Kills auf der Schickereile. Wir sind durch die Map geflogen. Wirklich geflogen. Weil die Waffe, mit der Waffe fliegt man. Mit der Waffe fliegt man einfach. Man ist so schnell. Ich glaube, nicht mal mit Fäusten ist man so schnell unterwegs, also wenn man gar keine Waffe in der Hand hält. Deswegen checkt diesen Loadout unbedingt aus. An die Leute, die gerne aggressiv spielen, gerne schnell unterwegs sind. Checkt den... Bruder, das sieht irgendwie komisch aus. Digga, was ist hier los? Auf jeden Fall checkt wirklich den Loadout. Den Loadout gibt es am Ende. Freut mich, wie gesagt, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Lasst unbedingt einen Like da auf dem heutigen Video. Der heutige Like-Ursinn wieder mal 350 Likes. Ich hoffe, wir knacken wieder mal 350 Likes auf dieses Video. Lasst einen Kommentar da für den Algorithmus, falls ihr neu auf dem Kanal seid. Und nichts mehr rund um Wars und Zeitpunkt. Und dann gerne Loadout und gerne Gameplays in Zukunft verpassen wollt. Lasst sehr, sehr gerne ein kostenloses Abo da. Begleit mich auf dem Weg zu den 40.000 Abonnenten. Würde mich sehr drüber freuen. Schaut auch sehr gerne über Twitch vorbei. Ich stream fast jeden Tag auf Twitch. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zu Twitch verlinkt. Ich küsse eure Herzen. Wir sehen uns beim Loadout nochmal. Viel, viel Spaß mit dem Banger Gameplay. Und ich würde sagen, wir gehen ins Video rein. Let's go! Der Feind ist ab! Hakei, du bist so sexy. Abo, bitte, spuck mich rein. Bitte, Jungs, das reicht. Jungs, bitte. Okay, chill, 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 Digga. Chill, chill, chill. Du musst es übertreiben, Hakei. Weißt du, was ich meine? Du bist immer der, der am schlimmsten ist, weißt du? Ja, ich weiß, Bro. Sind wir zu eigentlich im Urlaub? Ja, wir sind im Urlaub, oder? Schön, mal, Bruder. Hä? Mal, 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 ja, ja. Verstärkung ist unterwegs zu dir. 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 Justman, Retter in Not, Bruder. Hast du Plätze? Hast du Placed? Ja, komm. Meine WLAN-Route. Baby. Habt ihr eine Smoke für Lodi? Wo ist der Lodi? Da ist auch Smokes, Bruder. Wir gehen rein mit dicken Ehren. Verstehst du mich? Haben wir eh alle. Ich hab kleine. Ich hab, ich hab, ich hab Hakel. Danke. Es war nur zur Sicherheit. Weil sie abgekriegt. Wir gehen hier auf die Fläche. Es war auch die Flächen. Und wir können ein bisschen können. Da ist ja auch die Flächen. Dort Leben hat sich das eine großartige Fläche. Das hat sie mir Wohnzinein verholt. Da ist ja auch die Flächen. Hey. Was ist das? Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel ab. Der Feind springt über dem Gebiet 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 ab. Okay. Hey Jungs, lasst Backel zu üblich. Ich kann viele Skills machen. Das war blöd. Trinkt nichts, oder? Legs von mir! Okay. Ey, ihr müsst mich kaufen, Jungs. Unbedingt, Digga. Warte, lass mir die, lass mir die, lass mir die. Willst du diese haben? Brauchst du Waffen? Nee, nee, ich habe... Akai, hör auf zu Kills zu machen. Oh, ich muss, Bro. Du musst nicht, Bruder. Okay, bei mir, bei mir. Hier oben, hier oben. Warte, warte, warte. Ich kann jetzt nicht. Hinter mir. Okay, ja, ich habe ihn jetzt. Egal. Ich bin untergefallen, ich bin untergefallen. Ich bin untergefallen. Fuck. Geht sich nicht mehr aus. Oh! Weißt du, das ist unsere? Unsere Höhe, habe ich dir geballt. Wir haben leider keinen EUV. Unsere Höhe, sehr gut. Oh, gut, oh, gut. Nichts über mich, wird umgeschaut. Hier oben. Ganz oben auf dem Dach. Da oben. Ich markiere von oben. Oben an deiner Luft. Wo ist er? Ganz oben bei mir. Hier, oben. Ich brauche unbedingt Plates, Digga. Ne, ne, ich meine nicht den. Der hat Spawnschutz, Bruder. Kann man nichts machen. Ja, ja, ja. Hier oben. Oh Gott, oh Gott. Ich habe keine Plates, halt. Ich habe welche. Ich habe welche. Ich komme, ich komme, ich komme. Brauchst du? Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe. Okay. Ich habe alles, was du brauchst oder willst. Also eigentlich fehlt mir ja auch nicht gut, Mann. Wie viele hast du? 20. 20. 19. Nah. Hol dir den letzten. Wo, den letzten, Sir? Wo sind denn die? Wo ist denn? Das ist komplett oben, Bro. Ich bin oben. Ja? Ja, ich bin hier oben. Ah, da ist keiner. Im Tunnel, unten. Wasser, maybe. War der im Prinzip, Bro. Wir sind im Tunnel, glaube ich. Gibt es da einen Tunnel? Ja, ja, ja. Der Berg hier hat einen Tunnel. Also wenn sie Tunnel kommen, hier eigentlich raus. Wenn nicht, müsste sie jetzt eigentlich dead gehen, so. Sind dann nur noch zwei. Die sterben, die sterben. Ja, ja, ja. Da ist ein dead. Die können hier, maybe, raus irgendwo. Sie auch, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ja, hier ist eine Sip. Ja, ja, ja. Maybe kommen die da. Nein, die bleiben unten. Ich bin lieber unten im Gas. Ich geh runter. Ich hab auch goldene Maske. Ja, okay. Try. Die Husten unten. Ja, ja. Ja, die sind nicht unten. Doch, doch. Andere Seite, glaube ich. Ja, ja. Ah, nee, Digga. Gigi's. Was war das für eine Runde, Bruder? Ihr habt doch gesagt. Ich bin über die Karte geflogen, Bruder. Ich bin geflogen über die Karte, Digga. So, ich hoffe, ihr konntet merken. Die Waffe ist fast-ass, Digga. Man ist so schnell mit der Waffe. Und hier kommen wir jetzt zum Loadout. Wir spielen den Lakerta-Kompensator-Tuning. Sieht so aus. Wir spielen den Thunderfire-Lawf-Tuning. Sieht so aus. Wir spielen den Voll-K-LZR-Laser-CAN-Tuning. BR-Schaftlos. Und Brün-Flash-Griff. Damit man so schnell wie Flash ist. Na, Spaß. Tuning. Sieht so aus. Und, äh, ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich glaube, ich habe die Tag dazu gespielt. Die Tag zeige ich euch auch noch mal kurz. Sarkin-Fried-40-Tuning. Sieht so aus. Precision-6-Lawf-Tuning. Sieht so aus. Kommando-Vordergriff-Tuning. Sieht so aus. Hochgeschwindigkeits-Munition-Tuning. Sieht so aus. Und 50-Schuss-Magazin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Hottoran. Ciao. Ciao.